Weiter geht's mit Team Telekom, heute allerdings mal ohne Jan Ullrich, der hat ja Mailand Sanremo schon gewonnen. Wir sind jetzt hier eben bei jenem Mailand Sanremo am Start, haben unser Team hier vorne ein bisschen eingespannt. Jetzt geht's natürlich gleich noch in Poggio und Cipresa, da freuen wir uns drauf. Wie gesagt, nicht die schlimmsten Anstiege, 5,6 Kilometer, das Team haben wir jetzt mal hier mit 100% eine richtige Team-Taktik hier reinfahren, können wir dann am letzten Berg machen, jetzt heißt es eigentlich hier relativ kraftsparend drüber kommen, wenn Sepp Kuss uns mal nicht dauernd vor die Flinte fahren würde. So, vorne gab's ein paar Attacken, die Ausreißer sind jetzt eingeholt, wir haben da auch viel Arbeit gemacht. So, Mathieu van der Poel gehört ebenfalls zu den Top-Favoriten heute, genauso wie Wout van Aert, den wir heute jetzt zur Vorbereitung auf die Klassiker doch schon mal mit reinnehmen. Also, unser Team Telekom macht vorne Tempo, wir nehmen mal die blauen Gele. Die werden uns jetzt wahrscheinlich noch helfen, später dann eher nicht mehr. So, Sepp Kuss nervt ein bisschen heute. Aber wird uns in den Bergen dann wieder ein wichtiger Helfer sein. Also, wir halten das Tempo hoch, vielleicht kann man ja hier den ein oder anderen Sprinter schon ein bisschen müde fahren. Das wäre ja schon mal ganz gut. Wout van Aert kommt hier natürlich easy rüber. Blaues Gele, den brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir es jetzt in der Abfahrt gleich wieder alles gut machen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns vielleicht in den Berg rein, in den nächsten, eine Attacke reinfahren lassen und dann auf den letzten Metern nochmal drüber attackieren und dann in die Abfahrt reingehen, damit der rote Balken unten vielleicht sogar wieder komplett regeneriert ist. Wir haben es, glaube ich, vor zwei Jahren mit Jan Ulrich gewonnen. Letztes Jahr haben wir es mit Alejandro Valverde gewonnen. Das wäre schön, wenn wir das nochmal hinbekämen mit Wout van Aert. Bislang haben wir alle Rennen dieses Jahr gewonnen. Die Tour de la Provence haben wir gewonnen mit Ulle. Wir haben eben Paris-Nizza gewonnen und Mailand-Saint-Remo. Und die Klassiker wären natürlich super, wenn wir da die Strähne aufrechterhalten. Und mit Ulle würde ich auch Paris-Roubaix rauslassen. Das war letztes Jahr zwar ein mega geiles Rennen, aber der Kopfsteinpflasterwert ist jetzt, glaube ich, für uns dieses Jahr nicht ganz so wichtig. Deswegen würde ich dort eher auf die Flandern-Rundfahrt setzen, weil da könnten wir rein theoretisch sogar Chancen haben. So, nicht aus Versehen an die Spitze gefahren. Wir nehmen jetzt doch mal das blaue Gel. Schaden tut's nix und dann geht's hier in die Abfahrt rein. Und dann müssen wir später wieder gut abfahren. Ich hoffe, wir dürfen alleine abfahren. Man hat gerade schon gesehen, wie man da weggeboxt wird. In der Gruppe abfahren war noch nie mein Ding. Aber letztes Jahr haben wir das saugut gemacht. Ich fahre deswegen jetzt mal ganz kurz an die Spitze. Das ist ja nicht die schwerste Abfahrt hier. So, der Kuss kommt nach vorne. Jetzt ein bisschen übertrieben. So, 155 Fahrer noch in der Gruppe. Also klein geworden ist das Ding hier nicht. Da freut man sich normalerweise drüber, wenn das Ding nicht klein geworden ist. Aber es ist sehr lang gezogen. Das bedeutet, wenn wir das Tempo jetzt auch weiterhin hochhalten, dann könnte das ganz gut sein. Können die Jungs jetzt einfach mal platt fahren. Es sind nur noch 17 Kilometer. Der Problem ist, Geron Thomas und Romain Bardet sind dort leicht abgehängt. Weil hier vorne die Gruppe sich dann doch jetzt leicht abgesetzt hat. 12 Fahrer sind hier nur noch drin. Können wir das nämlich jetzt mal durchziehen. 16 Kilometer. Komm schon, Kasper, zieh durch. Das wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir das irgendwie wuppen könnten. Mit unserem Team Telekom Zug. Das sind natürlich jetzt nur noch sieben Sekunden. Da kommt Oliver Nason mit der Attacke. Auch wenn die jetzt alle wieder angeblich dran sind. Für uns ist es optimal. Da jetzt einen kleinen Vorsprung zu haben. Wir machen jetzt gerade mal, dass wir das rote Gel auch schon mal verteilen. 14 Kilometer sind es noch. Schon noch ein kleines Stück. Bis es zum Poggio geht. 5 Kilometer wurde gerade unten eingeblendet. Aber mehr können wir nicht machen, als hier mit unserem Team jetzt hier völlig reinballern. Hinten, die halten die Füße still. Das wird wieder ein bisschen breiter hier vorne. Kostet die aber natürlich auch ordentlich Energie. So, mal schauen. Kommt schon, Jungs. Zieht noch ein bisschen durch. Jetzt sieht es schon wieder relativ normal aus. Also den Vorsprung konnten wir nicht ganz mit reinhalten. Wir waren aber auf jeden Fall kräftesparender unterwegs als die Konkurrenz. 11,6 Kilometer. Fabio Felazio noch mit dabei. Und dieses Stück zwischen Poggio und Chibressa, das zieht sich immer. Also zwischen Chibressa und Poggio. So, mal schauen, ob wir hier wieder den Mohoritsch geben können. Der Telekom-Zug geht weiter. Hier jetzt nochmal der letzte kleine Anstieg, bevor es dann da vorne reingeht. So, und jetzt ist die Frage, ziehen wir es noch ein bisschen mit dem Team durch? So, Kuss ist da jetzt durch. Hat unser Team noch viel? Ne, unser Team hat eigentlich jetzt auch gerade nichts mehr im Köcher. Kaspar Askren wäre da noch, der noch ein bisschen was hat. Mikkel Lander. Das Feld ist langgezogen. Schauen wir mal. Gehen wir noch ganz kurz ein bisschen durch. Kuss ist durch. Da kommt Lander. Jetzt müssen wir aber langsam aufpassen. Und jetzt geht es dann los. Also, da sagen wir jetzt mal, Leute, halte die Füße still. Wir gehen mal hier mit der Gruppe mit. Das ist mal eine andere Taktik als in den Jahren davor. Es hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht. So, wir probieren es mal hier oben noch wegzukommen. Über die Kuppe rüber. Mit Wout van Aert Vorsprung wächst sehr schnell. Und dann geht es hier vorne jetzt gleich in die schnelle Abfahrt rein, die wir natürlich wieder optimal fahren müssen. Das war schon mal nicht optimal. So, let's go. Da sind wir ein bisschen weit rausgekommen. So, 20 Sekunden unser Vorsprung. Ballern hier natürlich weiter richtig rein. So, wir beschleunigen hier wieder raus. Wir nehmen das rote Gel. 24 Sekunden unser Vorsprung. Es sollte eigentlich sich wieder so ausgehen wie in den Jahren davor. Dass wir dann gleich auf den letzten Metern lossprinten können. So, Luzenko kommt hinten. Jetzt kommen sie wieder ein bisschen näher. So, 14 Sekunden. Kuppe Luzenko kommt schnell näher. So, mal schauen. Ziehen wir das trotzdem noch durch. Dieses Mal ein bisschen enger als in den Jahren davor. Aber dieses Mal holen wir uns wieder den Sieg mit Wout van Aert. Sehr, sehr schön. Drittes Rennen der Saison. Dritter Sieg. Und ja auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich meine, mit Wout van Aert ist das jetzt auch kein Hexenwerk, muss man ganz klar sagen. Aber wir spielen jetzt ja auf der höchsten Ebene. Da darf man sich auch mal einen guten Fahrer gönnen. Ob wir das jetzt mit dem Ulle von vor zwei Jahren gewonnen hätten, das wage ich zu bezweifeln. Aber schön, so kann es losgehen mit unserer Klassikersaison. Mailand Sanremo finde ich ja immer, sage ich ja jedes Mal, einen der langweiligsten Klassiker. Weil wenn man sich jetzt an Paris-Roubaix zurückerinnert oder eben andere Klassiker, die jetzt später noch kommen, da hat man auch mal 100 Kilometer vorm Ziel schon einen spannenden Rennverlauf. Und hier ist es so, die ersten 275 oder 260 Kilometer vielleicht sind halt völlig für die Cuts. Also der belgische Meister triumphiert in Italien. Schönes Ding. Aber jetzt geht es dann wieder mit Ulle weiter. Yes, he crossed the line, okay. Errungenschaft freigeschaltet, Poggio. Sehr schön, da freuen wir uns einfach mal. Also sind dann zeitgleich mit Bauke Mollema, Hirschi und Cosnefroa gewertet worden. Auch jetzt nicht unbedingt die Riege, die man direkt dahinter erwartet hätte. Aber da das Tempo so hoch war, sind die Sprinter komplett rausgeflogen. Da haben wir mit Arnaud de Marr den ersten reinen Sprinter. Michael Matthews, Van der Poel würde ich da auch nicht dazu zählen. Das sind ja auch eher gute Allrounder. Also die Sprinter, chancenlos bei Mailand Sanremo. Wir schauen Ulle natürlich ohne Punkte, bleibt trotzdem vorne. Wout van Aert holt sich seinen ersten 100 Punkte. Ulle macht nichts. Und jetzt geht es zur Flandern-Rundfahrt. Und da würde ich natürlich gerne mit Ulle versuchen, auch das Ding zu holen. Wir haben super Helfer mit dabei. Wir versuchen, nicht wie letztes Jahr, wo wir uns ja so sehr auf Ulle konzentriert haben, dass dann die Teamkollegen, die eigentlich das Rennen hätten gewinnen können, dann völlig in Vergessenheit geraten sind. Das versuchen wir dieses Jahr anders zu machen. Aber die Primäraufgabe ist, Ulle zum Sieg zu führen, damit er dort eben auch bei seinen Punkten nochmal ein bisschen was dazu bekommt. Also Kopfsteinpflaster kriegt man da nichts. Aber ich glaube, beim Hügel würde man nochmal ein bisschen was dazu bekommen. Das wäre nice, wenn wir das schaffen. Wir gehen rein in die Flandern-Rundfahrt. 56 Kilometer sind es noch. Unser Team ist noch ziemlich gut am Start. Und vor allem Ulle mit tip-top-Tagesform. Mathieu van der Poel greift da vorne jetzt schon an. Etwas verfrüht, würde ich mal sagen. Ansonsten ist unser Team nicht so richtig stark am Start. Also Bissegger, Martinez, Polit, Pitko, Küng, alle mit so einer Nala, mit keiner guten Tagesform. Martinez und van Aert sogar noch ganz ordentlich mit dabei. Aber Ulle in tip-top-Tagesform. Also der hat diese Saison richtig Bock, auf höchstem Schwierigkeitsgrad zu glänzen. Und wie gesagt, wir haben unser Team jetzt hier vorne mal eingespannt. 55 Kilometer. Ansonsten für die finalen Kilometer hätten wir ja noch Wout van Aert an unserer Seite. Von daher können wir da jetzt auch erst mal ein bisschen defensiver rangehen von Ulle-Seite aus. So, da bleiben wir mal hier vorne sitzen. Blaues Gehl haben wir noch. Letzte Verpflegungszone ist allerdings auch schon hinter den Fahrern. Und mit unserem Hügelwert, Beschleunigungswert und so weiter ist die Frage, ob wir die Entscheidung früh suchen. Das werden wir dann machen, wenn wir sehen, dass die Konkurrenz nicht mehr kann. oder eben wir warten und aus einer Gruppe raus sind wir im Sprint ja auch enorm stark. Also von daher sollte das alles relativ unproblematisch sein. Außer wir machen eben taktische Fehler. Die können immer passieren, gerade bei solchen Rennen. Lässt man dann doch die entscheidende Gruppe wegfahren und dann hat man eben doch ein Problem. Ich hole mir jetzt gerade mal... Ach nee, Bissegger ist noch bei uns. Ja, sieht aber nicht so fresh aus, was der da macht. Ansonsten hole ich mir nämlich jetzt mal Wout van Aert an die Seite. Man sieht, Ulle ist heute stärker als Wout van Aert. Deswegen wird er uns da jetzt mal beschützen. Und als ich die Prognose gemacht habe mit... Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall mehr auf Wout van Aert achten. Da wusste ich ja noch nicht, dass Ulle so eine Tagesform hat. Damit war nicht zu rechnen. So, Vorsprung 47, 48 Sekunden. Entschuldigung, muss hier einmal durch. Tempo ist ohnehin jetzt gerade nicht hoch. Das liebe ich immer hier. Da wird man richtig schön weggeballert. So, Wout van Aert bringt uns da mal nach vorne. So, Vermärsch. Jetzt fahren wir hier aber trotzdem irgendwie so Wout van Aert quetsch dich da mal durch. Wir fahren ja nicht mal besonders schnell, um ganz ehrlich zu sein. Also, da haben wir jetzt trotzdem die Gruppe schön klein gefahren. Ja, danke Leute. Super. Muss man einfach lieben, dieses Kurvengefahre. Hab mich da inzwischen. Also, wenn es mich jetzt nicht gerade in den Sturz reinbringt, dann bin ich da relativ entspannt. So, 17 Fahrer sind hier nur noch drin. Wahnsinn. Ulle einfach noch mit vollem blauen Gel. Unser Team ist noch mit am Start. Da können wir jetzt auch mal die blauen Gele schon verteilen. Und wie gesagt, mit Wout van Aert haben wir halt den edelsten aller Edelhelfer. Und dann machen wir das, was auch in den Kommentaren stand. Dass wir Nils Polit zum Beispiel jetzt in der Nachverfolgung hier natürlich rausnehmen. Der soll dann nicht mehr mithelfen. Das wäre ziemlich sinnlos. Da muss ich dann auch mehr drauf achten. Macht ja Sinn. Machen wir beim Procycling Manager ja logischerweise auch. Wer gearbeitet hat, der darf sich dann sein Naschtütchen nehmen und nach Hause gehen. So wie früher beim Kindergeburtstag. Ich liebe diese Tütchen. Warum gibt es die heute nicht mehr? Weißt du, man geht heute auf irgendwelche Feiern. Man besäuft sich. Warum kriegt man keine Naschtüte mehr? Das sind Fragen, die man sich während der Flandern-Rundfahrt auch einfach mal stellen muss. Die wirklich wichtigen Fragen. So vorne ist Mörkow noch raus. Ja, wir fahren immer noch auf 100%, 46 Kilometer. Und wie gesagt, Wout van Aert haben wir ja auch immer noch. Das passt schon, auch wenn sich unser Team da gerade vorne selbstständig versucht zu zerschießen. So, Dillen van Bale noch in der Gruppe. Gibt es ja auch ordentlich Gerüchte, wo er hingeht. Ich glaube, er hat noch nicht verlängert bei Ineos. Super Fahrer. Ich kann immer nur wieder sagen, Dillen van Bale, so ein Fahrertyp, den hat man einfach gerne bei sich. So, und weg da. Jawohl, Tom Pitcock drückt auch nochmal durch. Vorne machen sie jetzt Stehversuche. So, Wisnjowski, da fahren wir einmal außen rum. Wir ziehen hier einmal durch. Martinez natürlich auch ein super Helfer, auch auf dem Terrain. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen warten, damit unsere Helfer auch mitkommen. Wir haben Stefan Küng noch mit dabei, der bei Groupama verlängert hat. So, Pitcock ist da jetzt durch. Der kriegt aber nochmal das rote Gel. Martinez kriegt das rote Gel und Küng kriegt ebenfalls das rote Gel. Der könnte aber da gleich noch ein bisschen durchpowern, so wie wir jetzt auch. Wout, fahr mal ein bisschen. Die Gruppe hier wird nämlich immer kleiner und dann haben wir tatsächlich Küng wieder zurück. Ganz, ganz starke Leistung vom Schweizer. Naja gut, 43 Kilometer. Neun Fahrer hier noch in der Gruppe und für Ulle ist immer noch alles easy. schon echt amüsant, wie das dieses Jahr funktioniert. Super Saison von Ulle. Vorne Dillen van Baale raus. Ups, ah ok, wir fahren da lang. Ja, sag das doch. Also vorne Dillen van Baale raus. Zusammen mit Dillen Töns. 41 Kilometer ist allerdings auch sehr, sehr früh. Und wie gesagt, wir haben Wout van Aert hier auch noch zum Tempo machen. Und selber dürfen wir auch noch losgehen. Wir haben selber auch noch ordentlich Power in den beiden. 40 Kilometer vor dem Ziel. Wie geht's Küng? Naja, da müssen wir bald auf Wout van Aert umswitchen oder eben auch die Kollegen mal machen lassen. So, Mathieu van der Poel hat sicherlich auch Interesse, da hinterher zu gehen. Okay, dann fangen wir durchaus mal vorbei. Wir wollen auch ein bisschen mitarbeiten. Macht zwar wenig Sinn, wenn wir Küng und van Aert noch haben. So, 25 Sekunden. Irgendwie will aber keiner mehr vorbei. Und ich glaube, Küng ist da hinten jetzt auch durch. Aber wir können es uns gerade zumindest ein bisschen leisten, Tempo zu machen. Sollten wir vorne dann allerdings aufpassen. So, Jungs. Kommt mal mit. Wo ist Wout van Aert? Dann lassen wir den noch ein bisschen Nachführarbeit machen, bevor wir dann unsere finale Attacke da vielleicht auch reinsetzen. So, dann gehen wir mal ins Hinterrad bei Wout van Aert. Wenn der da mit 100% reinballert, 36 Kilometer. Ich würde ihn jetzt noch nicht auf 110% stellen wollen. Das wäre, glaube ich, eine Nummer zu viel. Gruppe hier wird ordentlich leiden, wenn Wout van Aert reindrückt. Moritz Stratnik verliert er da jetzt gerade. Der war durch. Uns kostet es ein bisschen roten Balken. Aber uns natürlich der edelste aller edelste Helfer, den wir da haben. Habe ich ja schon mal gesagt. Da hat ein Mann einen Stein in seine edelsten Teile bekommen. Sorry. Mein ganzes Leben besteht eigentlich nur aus Witzen vom Schuh des Manitou. So, wo bist du, Wout? Schön, dass du mich jetzt führen lässt. Aber eigentlich wollte ich ja, dass du das machst. Jan Tratnik geht da nochmal nach vorne. So, geh mal weg. Tratnik, lass mal Wout van Aert. Okay. Nö, komm. Alles gut. Wir sehen ja Dillen van Bale und Dillentons. Da können wir auch selber ein bisschen rausnehmen. Auch schon mal ein bisschen blaues Gel nehmen. So, und dann sind wir auch schon wieder bei Rein Victorious mit drei Fahrern hier vorne drin. Auch irre gut. So, 33 Kilometer noch. Ein paar Schwierigkeiten liegen noch vor uns. Gruppe ist mit elf Fahrern nicht mehr wirklich riesig. Wout van Aert hat noch das blaue Gel. Jawohl, das ist natürlich mega. Dann kriegt er das noch schnell. Bleibt mal vorne. Hält das Tempo hoch. Damit von hinten auch keine mehr rankommen. Damit die hier auch nicht regenerieren können. Und Ulle mit dem blauen Balken und allem. Easy peasy schaffen wir das. Das ist das neue Wort der Saison. Und jetzt verkacken wir es wahrscheinlich gleich königlich. So, da hinten. Ja, die regenerieren jetzt natürlich schon ganz gut. Na, Kurve. So, machen wir mal den hier. Regenerieren wir jetzt nochmal enorm. Kupala. Ja, danke Tratnik. So, also. Letzten 30 Kilometer stehen an. Bald ist Zeit für eine Attacke. Mal schauen, wann wir das jetzt gleich machen. Dann stellen wir Wout van Aert mal auf 110. Zum Beispiel jetzt gerade. So, kommt schon Wout. Führ uns da wieder hin. Und am besten auch gleich dran vorbei. Ist auch in Ordnung. Dann setzen wir jetzt hier die Attacke, die Gegenattacke quasi mit Wout van Aert an der Spitze. Das kostet ordentlich Energie. Aber Ulle sieht fresh aus. Zieh durch Wout. So, wir haben uns richtig schön abgesetzt. Ich setze ihn jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen runter. Rotes Gel wird genommen. Dann kann er das noch länger durchziehen. Aber auch konstanter. Ja, du sollst fahren, Junge. Nicht fordern. Voll Idiot. Das ist ja unfassbar. Unmöglich. So, blaues Gel nehmen wir komplett. Wout van Aert macht weiterhin mal konstant Tempo. 21 Sekunden unser Vorsprung. Versuche ihn jetzt noch so lange wie möglich irgendwie zu nutzen. Und hinten ist gerade richtig der Sack aufgegangen. Sagt man das so? Das sagt man nicht so. Oder kein Mensch sagt, der Sack ist aufgegangen. Außer man möchte jemanden beleidigen. Vielleicht gibt es einen Kuchen, der so heißt. So, 33 Sekunden der Vorsprung. Ulle quasi noch mit fast vollem blauen Balken. Wout van Aert wird gleich raus sein. 30 Sekunden, Mathieu van der Poel. Ui, boah, der hat gerade ein Salto gemacht. Das war einfach der Mohoritsch vom Giro. Habt ihr das auch gesehen? Oder war das einfach ein Fehler im Bild? Seht irgendwie lustig aus. So, rotes Gel hat er nicht mehr. Wir nutzen ihn mal, bis gleich der rote Balken abgeflossen ist. Und dann schauen wir mal, wann Ulle dann losgeht. So, 25 Sekunden. Jetzt wird es aber schnell weniger. Sehr, sehr schnell weniger. Da hinten attackieren sie jetzt richtig rein. Das gefällt mir nicht. So, und ich glaube, jetzt müssen wir es einfach selber fahren. Jetzt ist der Moment gekommen. So, jetzt Ulle gegen den Rest der Welt. Und van Aert kriegt natürlich das hier. Da müssen wir bei den anderen auch noch dran denken. Sorry, habe ich wieder nicht gemacht. Regenerationsmäßig für die Saison auch wichtig. So, vorne kommt eine enge Kurve. Und Ulle Quaremont kommt natürlich auch. Und da werden wir jetzt selber ein bisschen durch attackieren, weil das der letzte Berg ist, wo man es tatsächlich auch machen kann. So, schneller wird uns dazu gerufen. Dankeschön. Und jetzt ziehen wir durch. So, let's go, Ulle. Jetzt müssen wir die Zeit machen zwischen uns und die Konkurrenz legen. Hinten wird jetzt natürlich auch ordentlich attackiert. Vorsprung wird aber deutlich schneller, größer. Halbe Minute ist es jetzt inzwischen. Teilen wir das mal ein bisschen, weil es sind natürlich schon noch 16 Kilometer. Da können wir dann schön ein bisschen Einzelzeit fahren machen. So, jetzt warten wir mal, weil wir müssen den Rest des Rennens auch noch überstehen. Sieben Fahrer hinter uns, die Gruppe Van der Poel. So, wir holen mal die Steuerung rein und versuchen das, den Rest des Rennens so durchzustehen. Bin gespannt, ob die da hinten noch genügend Energie haben. Ob die sich einig sind, das werden wir gleich alles rausfinden. Hier nochmal schnell in die Aerodynamik rein. Da, wo es irgendwie geht. 33 Sekunden. Das war dumm. Mega unnötig. So, und jetzt geht es hier vorne ja auch nochmal weiter. Und hier jetzt auch nochmal durch. So, ein blauer Balken ist immer noch in Ordnung. Und jetzt haben wir immer noch knapp über 30 Sekunden. Vorsprung wächst jetzt gigantisch schnell. Da vorne geht es gleich nochmal in die Aerodynamik. So, und jetzt ziehen wir es mal durch. Mit der Steuerung. 11 Kilometer Vorsprung nochmal ausgebaut. Jetzt bleibt es wahrscheinlich relativ eben. 43 Sekunden. Vier Fahrer sind das hinten dran. Wir fahren den roten Balken gerade nur minimal platt. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das könnte der Sieg werden für Ulle. Bei der Flandern-Rundfahrt. Das würde uns natürlich nochmal richtig schön weiterbringen. Van der Poel hat jetzt nochmal attackiert. Der muss jetzt aber die Lücke natürlich auch selbstständig hier zu Ulle zufahren. Und Ulle wird nicht langsamer werden. 36 Sekunden. Moritz 34, 33. Also, die attackieren da hinten. fahren sich aber hoffentlich gegenseitig ziemlich platt. Wir versuchen es jetzt auf lange Sicht zu schaffen. Also, wenn die da hinten nochmal ran kämen, dann hätten wir echt ein Problem. Im Sprint. So, da hinten sehen wir Mathieu van der Poel ist jetzt aber alleine unterwegs. Das ist sehr gut für uns. Moritz zu zweit. Aber ich glaube nicht, dass die das schaffen. Wir müssen allerdings auch ein bisschen auf den blauen Balken dann doch achten. 5-Kilometer-Marke gleich erreicht. Können es jetzt ja auch ein bisschen timen. Ich glaube nicht, dass Mathieu van der Poel da den Sprint des Todes hinlegen kann. Aber wir müssen dann doch oft mit dem blauen Balken noch ein bisschen haushalten. So, wenn es nochmal kurvig wird, wäre für uns auch ganz gut. Konkurrenz verliert ja immer ein paar Sekunden in den Kurven. Aber das sind jetzt keine besonders schlimmen Kurven. 4 Kilometer noch. Gehen wir nochmal ein bisschen vom Tempo runter. Van der Poel 35, 34. Aber das sollten wir uns auf 3,4 Kilometer eigentlich nicht mehr nehmen lassen, wenn wir jetzt nicht aus Versehen einbrechen. Er macht nicht schnell genug Zeit gut und ihm geht es anscheinend auch nicht besser. Gehen wir wieder ein bisschen höher. Jetzt hat er nochmal attackiert. Hinten 25, 24. So, vorne haben wir den letzten Kilometer. Wir ballern. Van der Poel kommt schnell näher. Der gibt da gerade alles. Aber das sollte sich für uns ausgehen. Jo, das geht sich für uns aus. Und dann wird das der Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Aber auch wieder Spitzentagesform. Ulle richtig gut. Wout van Aert mit einer sensationellen Helferleistung. Stefan Küngen. Generell das ganze Team hat richtig gut gearbeitet für uns. Die Gruppen wieder zurückgeholt. Und dann im entscheidenden Moment die Attacke gemeinsam mit Wout van Aert war, glaube ich, echt wichtig. Weil er uns da nochmal Körner gespart hat. Also, viertes Rennen der Saison. Vierter Sieg. So kann es weitergehen. Bin sehr, sehr glücklich damit. Jetzt schauen wir dann gleich bei Paris-Roubaix mal vorbei mit Wout van Aert. Ob wir das vielleicht ja auch unter uns unter die Nägel reißen können. Unter den Nagel? Unter die Nägel? Man weiß es nicht. Aber schick. So kann es natürlich weitergehen. Selbst Martinez. Obwohl er immer grübelt, ist er sehr zufrieden anscheinend mit unserer Leistung. Nils Pollitz schaut noch ein bisschen skeptisch. Aber wir genießen nochmal. Gejubelt habe ich natürlich wieder nicht. Das werde ich irgendwie nie machen hier im Game. Aber Mathieu van der Poel, Respekt. Der ist nochmal richtig rangekommen. Hat alles gegeben. Wird dann Zweiter. Auf der 3. Wen haben wir da? Wahrscheinlich Dylan van Baale und Dylan Tönstied oder Moritsch. Der dort auf der 4 reinkam. Spannendes Rennen. Ich glaube, man hätte natürlich verschiedene Ansätze haben können. Wir hätten auch länger noch in der Gruppe bleiben können. Dann wäre es vielleicht noch ein deutlicherer Sieg geworden. Man weiß es nicht. Dann hätten wir uns noch mehr Körner gespart. So sind wir natürlich viel Risiko gegangen. Aber die Situation war halt einfach gut. Und hier ist die Tagesform jetzt wieder so, dass Wout van Aert eine gute Tagesform hat und Ulle nicht. Man weiß es einfach nicht, was das bedeutet. Ist mir aber auch egal. Tagesform achte ich generell nicht mehr so drauf. Also 19 Sekunden vor Mathieu van der Poel. Dylan van Baale auf der 3. Dann Moritsch auf der 4. Dann kommen die 4 Belgier am Stück. Wout van Aert kommt auch noch auf die 11. Das bedeutet natürlich, dass Ulle seinen Vorsprung in der Pro Cycling Einzelwertung deutlich ausbaut mit 437 Punkten. Wir machen nochmal was für ein Kopfsteinpflaster Rennen. Also Kopfsteinpflaster 75 und wir haben die Flandern Rundfahrt gewonnen. Was bedeutet, dass wir am Berg jetzt die 81 bekommen. Das ist doch auch ziemlich nice. Ist das nicht sonst noch irgendwo was gehabt? Nope. Also Rennen mit Kopfsteinpflaster Abschnitt gewinnen, das haben wir auch geschafft. Deswegen jetzt die 75. Da könnte man vielleicht nächstes Jahr nochmal Paris-Roubaix angreifen. Aber wie gesagt, mit der 75 wird das ziemlich, ziemlich schwierig werden. Deswegen konzentrieren wir uns bei Paris-Roubaix dann jetzt auch auf Wout van Aert und auf die anderen Kopfsteinpflasterfahrer. Kaspar Askren wird natürlich mit dabei sein. Dann geht es mit Ulle zu Lüttich. Bastogne Lüttich. Dann könnte man überlegen, Dauphiné wegen dem Team Zeitfahren, dass wir den Zeitfahrwert dann nochmal verbessern. Was gibt es denn beim Breath Cup? Ein 8 Kilometer langes Zeitfahren. Naja, da wollte ich eigentlich eher rauslassen. Und bei der Tour gibt es dann ja auch nochmal 3 Zeitfahren. Vielleicht können wir dort ja auch einfach den Wert verbessern. So, Happy Birthday, lieber VAR. Ich bekomme gerade vom Kicker die Meldung, dass er 5 Jahre alt ist. Ich bin ein großer Freund des VAR. Auch wenn viele Leute immer sagen, das hat dem Fußball die Seele genommen und es gibt so viele Fehlentscheidungen. Ist mir wurscht. Ich glaube, der Fußball wird dadurch fairer, weil man klare Fehlentscheidungen eben doch bewerten kann. Ich sage nur damals, als Kiesling den Ball durchs Tornetz geschossen hat. Mit dem VAR, gar kein Ding. Da wäre gar gut. Es wäre natürlich kein Bundesliga-Skandal geworden. Aber ganz ehrlich, man will ja auch fairen Sport sehen. Aber bevor wir jetzt darüber reden, gehen wir rein. Paris-Roubaix steht an mit Wout van Aert als Kapitän. Gutes Team an der Seite mit Bissegger, Küng und Nils Pollitt. Das wird bestimmt gut. Und wir versuchen dort wieder zu triumphieren. Wir haben es ja schon mal mit Küng gewonnen. Letztes Jahr lief es nicht ganz so gut, weil wir uns da eher auf Ulle konzentriert haben. Also, let's go Paris-Roubaix, die Königin aller Klassiker.